A long, long time ago, I can still remember, ich hatte ein Ziel, ich weiß wohin. So, ich begrüße euch ganz herzlich hier wieder zurück zu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Und... Zack, da gibt's Fleisch. Achso, ich wollte gerade sagen, was flügelt denn da an mir vorbei? Ein kleiner Thulen. Au. Da brauche ich härtere Geschütze. Okay, ich brauche noch einen Felsbrockenhammer. Hä? Was habe ich mir denn hier markiert? Was? Okay, ich habe mir hier irgendwas markiert, aber keine Ahnung was. So, mein neues Schwert. Dann gehen wir halt da vorne hin. Der ist so weit weg. War das echt der, den ich markiert hatte? Ja gut, ich will ja auch in die Richtung, wenn man es mal so nimmt. Da bin ich die ganze Zeit falsch gelaufen. Ich könnte mal die Markierung wegnehmen. So weit ist das ja nicht. Und irgendwann suchen wir noch ein richtig gutes Pferd. Wow, du bist schon ganz schön weit gekommen. Muss man ihm ja lassen als Händler. Die Funkelfrucht. Und ja, irgendwann werden wir uns auch nochmal in den Untergrund bewegen. Danke. Aber wenn er da war, gibt es hier irgendwas? Ja, hier gibt es was. Va. Wieso hast du eigentlich einen Laser? Na komm. Dann geben wir dir noch den Rest damit. Und die Kiste ist auf. Die Laserkeule finde ich schon mal mega geil. Die nehmen wir doch schon mal mit. Da vorne kämpft jemand. Und die machen nichts als Ärger. Hier ein Geschenk für meinen Retter. Schmeckt toll, das garantiere ich. Wie gehabt befinde ich mich auf der Suche nach Schätzen und reise dafür von einem Ort zum anderen. In letzter Zeit faszinieren mich die Felsen, die vom Himmel fallen. Man sieht sie unterwegs immer wieder einmal. Ich träume sogar schon von diesen Felsen. In einem dieser Träume geschah etwas eigentümliches. Ein Fels stürzte direkt vor meiner Nase auf die Erde und erhob sich dann zurück in den Himmel. Ich klammerte mich daran fest, sodass er mich mit nach oben zog. Bis zu einer Himmelsinsel voller Schätze. Wunschtraum einer Schatzsucherin, oder? Mysteriöse Verbote meiner Schicksals. Ich fürchte ersteres. Denn wie sollte es möglich sein, dass ein herabgestürztes Fels mir nichts, dir nichts, umkehrt und wieder in die Höhe steigt? So, genug geschwätzt. Vielleicht sehen wir uns einmal irgendwo wieder. Servac. Tja, mit den Fähigkeiten, die ich besitze. Es ist möglich. Gar kein Typ, der hier ein Schild festhält? Hm. Egal. Wir gehen zum nächsten Schrein, den wir erforschen können. Mal schauen, was das wieder für ein schöner Schrein wird. Kampftechnik werfen. Dieser Schrein läutert ein Übel aus vergessenen Tagen. Du, der du ihn besuchst, folge unseren Anweisungen. Ziel ist sorgfältig und wirfst so dann das Material nach dem Gegner. Na, wie kann ich den werfen? Allein dieser Angriff führt hier zum Erfolg. Bereite dich gut darauf vor. Ach, gedrückt halten? Oh, was? Nein. Wie kann ich das verwenden? Hä? Ah, WLAN-Material zum Werfen. Ausgezeichnet. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es hinbekommen habe, aber ich habe es hinbekommen. Das ist schon mal gut. Lass dich von den Bewegungen des Gegners nicht täuschen und wirf das Material nach ihm. Okay, ich weiß jetzt, wie es geht. Ist ein bisschen umständlich, aber ich weiß es jetzt. Du hast alle Techniken gemeistert. Dir wird hiermit Zugang zum innersten Bereich gewährt. Ihr müsst zum Werfen so tun, als ob ihr eure Waffe werfen würdet und dann das Material auswählen. Toll, wie komme ich da jetzt ran? Ach, da ist eine Leiter. Ja, hallo? Link, schaffst du es nicht, die Leiter hochzuklettern? Nein? Nein? Die Pfeile, die er geschossen hat, die nehme ich mir natürlich gerne mit. Ich hoffe mal, hier ist noch irgendwo ein Pfeil. Juhu, zwei Pfeile habe ich bekommen. Naja. Zwei Pfeile sind besser als kein Pfeil. Ja, da macht es jetzt auch Sinn mit den Donnerblumen. Ein Segenslicht. Oh. Ich kann ja schon wieder mir ein neues Herz holen. Oder was auch immer. Hab ich ganz vergessen. Oh. Ah, ich wollte jetzt eh über die, ja, Grenze. Wenn man das so sagen kann. Genau, über die Grenze. Oh nein, da ist wieder ein Krok. Ich will zu meinem Freund. Ja, wo ist der? Oh je, was für ein Schlamassel. Wer hätte gedacht, dass ich von meinem Freund getrennt würde? Sieht so aus, als würde er mir einen Draufsignal schicken. Dann sollte ich mich beeilen, um zu ihm zu stoßen. Ach, ich bin so erschöpft. Ich kann mich kaum bewegen. Oh. 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 Oh nein. Jetzt sagt mir nicht, dass ich mit dem da... Okay. Okay, wir machen es jetzt mal so. Okay, dann brauchen wir den Raketenantrieb. Ja, ich panne ihn trotzdem mal hinten an. Ja, komm. Nein. Ich habe echt Angst jetzt gerade, was ich mache. Oh. Oh. Nein. Oh. Juhu. Vielleicht nicht der beste Flug, aber es hat funktioniert. Danke, dass du meinen Freund zu mir zurückgebracht hast. Hier ein kleines Dankeschön für dich. Tschüssi. Okay, und schon sind wir hier im nächsten Bereich. Finde ich ganz praktisch. So konnten wir ein bisschen weiterkommen. Materialdepot für Wiederaufbau. Bitte bedienen Sie sich bei Bedarf. Bei Interesse an einem Traumhaus ist das Bauunternehmen Dummster für Sie da. Okay. Brauche ich jetzt aber erstmal nicht. Und schau mal, weil irgendwo da muss ja dann der nächste Turm sein. Wo wir dann hin können. Oder vielleicht auch der nächste Schrein. Oder, oder, oder. Oder, oder. Moment. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass das... Wo ist das? Das ist das Gebiet in der Nähe vom Todesberg. Das sind die Soras. Und das ist da im Todesberg, oder? Und das müsste die Wüste sein. Ich weiß immer nicht, was es da mit diesen Pusteblumen auf sich hat. Also, wenn ihr da eine Lösung habt, gerne rein. Ich habe, glaube ich, drei Pusteblumen jetzt. Wo ich nicht weiß, was ich damit machen muss. Cool wäre, wenn man dadurch dann vier oder fünf Krok-Samen bekommt. Oh, Moment. Wartet mal. Da ist auch noch einer. Moment. Ist das da hinten? Ne, aber da ist der nächste Turm. Keine weiteren Punkte mehr zu markieren. Nein. Ja, das ist beim Todesberg. Oh, weia. Wir fliegen jetzt erstmal da vorne hin. Da macht es ja echt fast Sinn, den da anzupeilen. Also, den da. Aber dafür muss ich jetzt erstmal auf die Karte. Muss hier einen entfernen. War ich da jetzt schon? Und ich nehme den jetzt einfach mal weg. Damit habe ich ein Ziel. So weit fliegen wie möglich. Oh, da ist auch ein Stall. Ah, ich merke gerade noch was anderes. Wie komme ich hier über den Fluss? Ja, einfach drüber gleiten, ne? Ha. Schön. Danke, Tulin. Stall des Waldes. Könntet ihr mir etwas über diese Nacht erzählen? Die Nacht, in der sich die große Fee zurückzog. In Ordnung. Also, es geschah einige Zeit, nachdem der Kataklysmus uns heimgesucht hatte. Die große Fehlzeit zeigte sich plötzlich nicht mehr. Wir waren besorgt, doch als wir losfuhren, um ihr einen Besuch abzustatten, hatten wir selbst einen Unfall. Es war entsetzlich. Entsetzlissimo. Plötzlich sprang eine Frau mit blondem Haar direkt vor unserem Wagen. Das Pferd bekam es mit der Angst und lief davon. Doch noch schlimmer traf es einen der unseren. Sozusagen einen Vollmitglied des Ensembles. Unser lieber, hochgeschätzter Allegro hat ein paar seiner Räder eingebüßt. Welch einsetzlich ist das Unglück. Der Allegro ist unser Wagen. Hätte ich erwähnen sollen. Ohne ihn können wir nicht einmal unsere Instrumente transportieren. Zum Glück wurde niemand verletzt. Doch die große Fee scheint noch immer vor etwas Angst zu haben und versteckt sich in einer Knospe. Ich bin mir sicher, dass diese Frau irgendetwas mit den großen Feen gemacht hat. Da gibt es gar keinen Zweifel. Wer sonst läuft nach einem Unfall einfach so davon? Ohne auch nur ein Wort der Entschuldigung. Nun, was auch immer ihr Grund war, sich zu verstecken. Wir möchten für die große Fee spielen, um sie aufzuheitern. Doch da der Allegro kaputt ist, können wir unsere Instrumente nicht transportieren. Ah ja, also eine blonde Frau. Also ich frage mich, ob... Ach, sieh an. Hallo Kollege. Wusste gar nicht, dass du in der Gegend bist. Du kommst gerade recht. Denn halt dich fest. Es gibt Arbeit. Die Musiker hier berichten, dass sich die große Fee in der Nähe dieses Stalls in ihre Knospe versteckt. Der Grund dafür könnte eine blonde Frau sein, die in irgendeiner Form in dieser Sache verwickelt ist. Ich denke ja, dass die Möglichkeit durchaus gegeben ist, dass es sich dabei um Prinzessin Zelda handelt. Natürlich drucken wir nicht einfach unüberprüfte Gerüchte in unserer Zeitung ab. Da müssen wir zumindest einmal die große Fee selbst fragen, wie sich alles zugetragen hat. Finden wir es heraus? Nicht zu hastig. Unter Reportern haben wir ein geflügeltes Wort. Eile mit Weile. Sonst vermasselst du die Schlagzeile. Rekapitulieren wir erstmal, was wir bereits über die große Fee wissen. Siehst du die große, seltsame, anmutende Pflanze dort auf der Anhöhe, an diesem Pfad? In der Knospe befindet sich die große Fee. Und man sagt, dass sie der Musik sehr zugetan sei. So soll sie sich zuweilen auch schon dem Stall genähert haben, um den Auftritt des Ensembles zu lauschen. Dabei handelt es sich allerdings um ein Gerücht, das sie noch nicht verifizieren konnte. Ah, man sagt aus dem, dass die große Fee Reisende mit ihren Segen schützt. Daher ist ihre Präsenz für den Stall von großer Wichtigkeit. Ich hoffe, dass es ihr bald wieder besser geht. Wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, zur großen Fee zu gelangen. Aber unser Pferd ist davon gelaufen und unser Wagen, der Allegro, ist kaputt. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Also, den Wagen reparieren. Nein. So. 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 Und ein Pferd besorgen. Ja, dies ist wieder Zeitung. So, ein toller Ballon. Okay. 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 Dann gucken wir uns mal den Ballon an. Was ist mit dem Ballon? Hoffentlich ist alles gut. Ah, hallo Reisender. Wolltest du diese Höhle hier betreten? Tut mir leid, aber das ist jetzt ein schlechter Moment. Kilten. Mein Gott, sind die beiden Potten hässlich. Ich glaube, ich gebe es auf. Colten? Ich habe dir ja gleich gesagt, dass es sinnlos ist. Du willst zum Satori werden. Zu dieser legendären Kreatur. Anstatt diesen unmöglichen Traum zu verfolgen, solltest du mir lieber mit meiner Monstersammlung helfen. Ah. Das will ich nicht hören. Ich werde zum Satori. Ganz bestimmt. Ich habe ihn immer bewundert und geliebt. Wir müssen bloß an einen Mario-Signum gelangen. Dann können wir jetzt zum Satori werden. Und das Gerücht stimmte. In der Höhle lebt tatsächlich ein Majoi. Ja, ein Wesen, das genauso leuchtet wie das Satori. Aber es hängt dort unerreichbar hoch an der Wand und bewegt sich blitzschnell weg, wenn man ihm zu nahe kommt. Und warum willst du denn dann schon aufgeben? Du könntest doch jemanden bitten, das Majoi für dich zu fangen. Du hast doch auch diese ganzen Schätze angehäuft. Wenn du die als Gegenleistung anbietest, findest du sofort jemanden. Hallo Reisender. Hast du mitgehört, worüber ich mit meinem Bruder gesprochen habe? Damit mein Traum in Erfüllung geht, brauche ich unbedingt ein Majoi-Signum. Aber diese Majoi bewegen sich viel schneller, als ich gucken kann. Du willst mir meine Lines-Geschichte anhören? Danke. Also, mein Traum ist es, zum mythischen Wesen Satori zu werden. Der Satori ist eine legendäre Kreatur, von der aus der Augenzeugenberichten aus so gut wie allen Regionen Hyrules gibt. Seine intelligenten Augen, sein bläuliches, weißes Fell, wie sehr ich mich nach seiner außerweltlichen Erscheinung sehne. Und nach Jahren der Suche habe ich dank antiker Manuskripte tatsächlich herausgefunden, wie man zum Satori wird. Man muss ein rätselhaftes Wesen namens Majo finden. Das dunkle Höhlen-Dieb und so bläulich, weiß schimmert wie Satori. Und da muss man ein Majoi-Signum sammeln, das es fallen lässt, wenn es geschwächt wird. Aus diesem Grund habe ich mich in diese Höhle gewagt und wollte dem Majoi sein Signum abtrotzen. Aber ich wusste nicht, was für unfassbar schnelle Bewegungen sie für hähig sind. Aha, ich würde alles geben, um Satori zu werden. Ähm, Entschuldigung? Lange Rede, kurzer Sinn. Falls du ein Majo-Signum erlangen kannst, gib es mir bitte. Ich werde mich natürlich erkenntlich zeigen. Das ist doch ein Majo-Signum. Bist du sicher, dass es echt ist, Coltin? Diese elegante Form, der blauliche Glanz. Ja, kein Zweifel, ein echtes Majo-Signum. Hippie, mein Traum rückt in greifbare Nähe. Ich werde zum Satori werden. Vielen Dank. Hier, ist eine Belohnung. Ich sammle Sachen, die einen wie ein Monster aussehen lassen oder originale Monsterteile sehr ähnlich sehen. Mit der Maske, die ich dir gegeben habe, ähnelt man an einem Bockblint. So sehr, dass man damit sogar Bockblints täuschen kann. Leg sie doch mal an. Dann wirst du sehen, wie es sich anfühlt, sich in solch eine Kreatur zu verwandeln. Also dann, es ist soweit. Ich werde das Majo-Signum, nachdem ich mich so lange gesehen habe, nur verzehren. Guten Appetit. Nanu, mein Körper hat sich nicht verändert, aber ich bin von einem kuriosen Gefühl erfüllt. Das ist sicher ein gutes Zeichen. Ich habe mich dem Satori-Zustand einen Schritt nähert. Mehr, ich brauche mehr. Ein einziges Signum reicht nicht. Ich brauche ganz viele und dann werde ich alles auf einmal essen. Ja, mein Pfad steht fest. Klettern, ich werde auf Reisen gehen und Majo-Signum sammeln. Oh ja. Also, meinen Segen hast du natürlich. Hä? Viel Glück. Mögen die Majo-Signum dir nur so zufliegen. Danke, Bruder. Du bist der Beste. Reisner, danke für deine Hilfe, aber das war erst der Anfang. Ich werde herumreisen und Majo-Signum sammeln. Also, falls dir weitere davon in deine Hände fallen, bringen sie mir zu, äh, bringen sie bitte zu mir. Ich werde tiefer in meiner Schatzsammlung greifen, um dich für die Majo-Signum fürstlich entlohnen. Also dann, auf, dass wir uns bald wieder einmal sehen. Lass mich raten, jetzt sind sie weggeflogen. Und weg ist er. Ja, ich hoffe, sein Traum wird eines Tages Wirklichkeit. Und ich sollte dann auch langsam aufbrechen. Ich möchte zum Dorf Taburasa in Akala. Reisner, danke, dass du meinem kleinen Bruder geholfen hast. Vielleicht kannst du ihn ja auch weiter unterstützen, wenn du ihm auf deiner Reise einmal wieder begegnest. Ich versuche, über seinen Aufenthaltsort auf dem Laufenden zu bleiben. Falls du also Schwierigkeiten hast, ihn zu finden, komm nach Taburasa und frag mich. So, ich empfehle mich. Und das muss man sich alles merken. Aber gut, hier in der Höhle soll doch so einer sein. Höhle am Minnischsee. Ah. Aber hier kann ich auch noch Erz abbauen. Und das ist wichtig, denn ich brauche hier Geld. Das leuchtet so schön. Leuchtsteine. Hm. Und noch mehr Steinsalz. Das ist das, was wir sehen wollen, hm? Aber leider kein Pferd. Tja, dann mal wieder zurück zum Stall. Na, komm. Ihr blöden Fische. Mann, ich wollte doch nur die Fische haben. Spät abends. Dabei bräuchte ich doch einfach nur Pferde. Da ist der reisende Händler. Ah, er ist jetzt da. Wunderbar, ich wollte schon sagen, wo ist er denn? Ein guter Käferhändler. So, dann, klamottentechnisch, ist das da verdammt viel wert. ein Diamant ist 500 wert. das ist schön. 18 Feuersteine. Da ist er. Irgendwovon ganz viel. Nein, 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 nein. Ja, dafür bekomme ich immer wieder was. Die bekomme ich anscheinend auch immer wieder. Und das da. 17 Stück. Machen wir mal 14. Dann kann ich bei dir bestimmt auch was kaufen, ne? Sowas wie Pfeile. Hier haben wir schon mal wieder 10 Pfeile mehr. Kann ich jetzt hier auch ganz kurz übernachten. Ja, normales Bett. Gutschein verwenden. Ja, verwenden wir den Gutschein. Bis morgens. Führt sich erholt. Unser Stall ist... Goronia. Unser Stall ist Goronia, der Stadt der Goronen am nächsten. Der Todesberg bricht nicht mehr aus, also kann man jetzt problemlos die Straße bereisen und in die Stadt gelangen. Aber in den Höhlen ist es immer noch so heiß, dass man sich vor Verbrennung in Acht nehmen muss. Na gut, aber... Was war das nächste Prämien-Technisch? War ein bisschen schneller. Was ist die nächste Prämie? Pferdestoffgott. Okay. Pferdegottstoff. So, nicht Pferdestoffgott, sondern... Schwertling. Das ist auch schön. Das sieht ja mal relativ normal aus. Kleiner Junge, der nach oben guckt. Pferde. Zack. Ein paar Pfeile sammeln. Toll, viel war es jetzt nicht. Eine Fackel. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich wieder fürs Einschalten. Sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trochotrein. Tschö, tschö. Tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö.